Herzlich Willkommen zurück zur Noppenecke. Heute schauen wir uns etwas besonderes an, frisch aus dem Panzermuseum Munster, der A7V Wotan Kobi 2983. Das Set kommt mit 575 Teilen für 40€. Eine Figur ist nicht dabei, zudem wird das Set nur vom Panzermuseum Munster vertrieben und ist auf 1500 Stück limitiert. Dabei ist zu erwähnen, dass sich dieses Set zu 99% mit dem bereits bekannten A7V Kobi 2982 überschneidet. Allein die bedruckten Fliesen mit den eisernen Kreuzen wurden um die Formationsnummer 3 erweitert und auf der Front und Rückseite ist jeweils die Beschriftung Wotan hinzugefügt worden. Daher seht das hier nicht als neues Set, sondern als nette Merchandise Idee. Bei dem Wotan handelt es sich nämlich um ein Replika, welches im deutschen Panzermuseum Munster ausgestellt ist. Aber schauen wir uns das Set doch noch einmal genauer an. Ich muss direkt von Anfang an sagen, ich habe mich bereits vor über einem Jahr in das Set verliebt. Der A7V war mein erstes Set, was ich aufgebaut habe. Kobi hat es hier sehr schön geschafft die Schnauze darzustellen, die Form passt perfekt und es gefällt mir auch sehr, dass einige Details eingebaut wurden. Das hier unten sollen Abschlepphaken darstellen, um genauer zu sein, war über diesen ein Schutzblech montiert, welches man hochklappen konnte. Ähm und genau das sehen wir auch hier. In der Mitte natürlich das eiserne Kreuz zusammen mit der 57mm Maxim Nordfeldkanone. Bei dieser Kanone handelt es sich eigentlich um eine Festungskanone, welche in Kasmatten verbaut war, diese wurde im ersten Weltkrieg z.B. in Belgien erbeutet. Also keine deutsche Erfindung. Dabei war es ein glücklicher Zufall, als man nämlich nach einer Kanone gesucht hat, die in den Panzerwagen passt, war diese dafür perfekt geeignet. Trotz diesem riesigen Aufbaus herrschte Platzmangel im Inneren und alle deutschen Alternativen hatten einen zu hohen Rohrücklauf. Das letzte was man auf engen Raum braucht ist ein Verschluss im Brustkorb. Direkt daneben haben wir zwei genietete Platten, dort waren eigentlich auch Sichtöffnungen. Kobi hat das hier wieder schön dargestellt und ich finde auch immer diese Nietenplatten ziemlich sexy. Was natürlich auch nicht fehlen darf in dieser Museumsversion ist der Spitzname Wotan. Jeder der A7Vs hatte seinen eigenen Spitznamen, ist auch relativ einfach gewesen den Überblick zu behalten. Ich meine es gab nur 20 Stück. Der Print ist auf jeden Fall schön geworden und auch an der richtigen Stelle. Hätte auch nichts anderes erwartet bei der Zusammenarbeit mit dem Museum. Bevor wir uns die Seite genauer anschauen muss ich noch auf die angewinkelte Seite hinweisen. Kobi hat hier nicht nur genau auf dieses wichtige Detail geachtet, auch finde ich sehr interessant, dass bereits bei den ersten deutschen Panzern mit angewinkelter Panzerung gearbeitet wurde. Das ganze hat natürlich ein bisschen mehr Schutz geboten. Bei den deutschen A7Vs hatten wir eine Panzerung von ca. 15 mm Dicke, also an der Seite und die Front war 30 mm dick gepanzert. Im Vergleich zu anderen Fahrzeugen aus dieser Zeit, z.B. dem Mark IV der Briten, welcher frontal nur 14 mm Panzerung aufweiste, war das natürlich eine große Verbesserung. Wenn wir uns das Gerät aber einmal genauer von der Seite ansehen, fällt natürlich direkt die Formationszahl samt eisernen Kreuzen auf. Wotan war dabei zu Beginn ein Reservefahrzeug, welches später der zweiten Abteilung zugewiesen wurde, nachdem diese wiederum Elfriede verloren haben und Elfriede seht ihr hier, die ist ein bisschen umgefallen und wurde dann erbeutet. Darüber ist eine schön bedruckte Luke, welche z.B. dafür genutzt wurde, um Brieftauben loszuschicken. Ja, wir sind hier im ersten Weltkrieg, Funkgeräte waren nicht überall. Ist natürlich, was sie auch so ein bisschen gelernt haben. Im zweiten Weltkrieg war ja ein großer Vorteil der Deutschen, dass jeder Panzer ein Funkgerät hatte. Jetzt hier im ersten Weltkrieg hat man nur mit Brieftauben gearbeitet. Und das war halt somit auch der einzige Weg, Nachrichten abzusetzen. Man musste halt die Brieftaube rauslassen. Darunter sehen wir dann den Auspuff. Das ist eine Verbesserung zu einigen der Vorgängerversionen. Die ersten Sturmpanzerwagen hatten sowas nicht, wodurch ein Großteil von den Abgasen netterweise in den Kampfraum gezogen sind. Da der Innenraum aufgrund der zwei Daimler Motoren und teilweise bis zu 20 Mann Besatzung eh so mehr als unangenehm war, sieht man auch immer wieder schön auf Fotos, dass z.B. ein Teil der Besatzung dann einfach auf dem Aufbau sitzt. Links und rechts davon sind noch zwei kleine Wartungsluken, wo hier die Scharniere angedeutet werden sollen. Viel mehr kann man dazu nicht sagen, waren halt einfache Wartungsluken. Was wir natürlich hier auch noch haben, sind die Maschinengewehre. Neben der Hauptbewaffnung waren insgesamt 6 wassergekühlte 08 Maschinengewehre verbaut. Diese decken fast genau 360 Grad des Panzerwagens ab, sind alle beweglich und ich finde auch sehr schön dargestellt. Gefällt mir gut. Damit man in den Aufbau auch hineinkommt, ist jeweils eine Tür auf beiden Seiten verbaut und Kobi typisch auch benutzbar. Vielleicht ist euch hin und wieder aufgefallen, dass ich das Wort Aufbau benutzt habe. Das wird jetzt wichtig. Wenn wir uns das Fahrwerk einmal genauer ansehen, zuerst einmal tolle Arbeit Kobi, sehr schön. Hier diese Lücke in der Panzerung wird auch dargestellt, ist auch wichtig. Diese wurde nämlich meistens entfernt, weil sich einfach zu viel Schlamm gesammelt hat und das zu Problemen geführt hat. Deswegen haben sie da einfach rausgeschnitten und haben das weggelassen. Dahinter sehen wir aber drei Bogies, welche jeweils fünf Rollen hatten. Das hat Kobi hier auch schön versucht darzustellen und es ist auf jeden Fall toll, dass sie daran gedacht haben. Rücklaufrollen können wir keine erkennen, aber die wären so weit hinter der Panzerung verschwunden, da hat Kobi sie einfach weggelassen. Wie im Vergleich zum Originalen seht ihr auch hier, die Kette ist kaum sichtbar und dadurch halt auch sehr gut geschützt im Vergleich zu britischen Panzern. Zudem erinnert das Design ja auch schon sehr den Panzern aus dem zweiten Weltkrieg und weist nicht diese typischen umlaufenden Ketten auf. Das liegt allerdings daran, dass der A7V als Panzerkampfwagen eigentlich schon eine nette Nebenentwicklung war. Aufgrund der Ressourcenprobleme von Deutschland, das ist immer so ein Thema bei Krieg und Deutschland, und der Erkenntnis, dass die britischen Tanks ohne große Probleme aufgehalten werden konnten, wurden einige Tanks in Anführungszeichen nicht als wichtig geachtet, was auch die geringe Bauzahl von gerade mal 20 Stück zeigt. Und diese 20 Stück hatten auch wiederum eigentlich keine Auswirkungen auf den Kriegsverlauf. Was man eigentlich haben wollte, waren Transportmittel, um Truppen und Material an die Front zu bringen. Daher war das gesamte Fahrwerk mehr auf Modularität ausgelegt, als wirklich einen Konkurrenten zu britischen Panzern oder Tanks herzustellen. Genau diese Modularität führte dann auch später zum sogenannten Geländewagen. Dort wurde einfach anstelle des Panzeraufbaus eine Pritsche verbaut und das ganze war natürlich nur möglich aufgrund der Bauweise vom Fahrwerk. Also man konnte halt daraus sehr schnell andere Versionen bauen. Genau zu dieser Zeit sind dann noch ganz andere Versionen auf Basis von dem Fahrwerk entstanden. Auch teilweise sind das einfach nur Einzelstücke geblieben. So ist auf jeden Fall ein Schützengrabenbagger bekannt und sogar die ersten Versuche eines Flakpanzers. Daher das ganze Fahrwerk war für sowas super, um andere Sachen daraus zu realisieren. Allerdings war es halt nicht perfekt zum Überqueren von Gräben oder halt einfach nur Kratern. Vorne herausragende Nase setzt einfach viel zu schnell auf und er hatte halt auch einfach die Angewohnheit umzufallen, wenn er in Schräglage gekommen ist. Aber genug dazu. Auf der Rückseite ist wieder Wotan-Aufdruck zusammen mit dem Eisernen Kreuz. Vorder- und Rückseite waren vom Prinzip her baugleich, nur dass hier keine Kanone verbaut wurde. Die Form ist schön getroffen von Kobi und hat halt hier auch wieder in guten Form gemacht. Oben angekommen fallen sofort die beiden großen Lüftungsgitter auf. Diese waren auch dringend nötig, im gesamten Innenraum herz, wortwörtlich dicke Luft, Abgase des Motors und der Kanone, Schweiß und natürlich die Hitzeentwicklung durch die beiden Motoren ist nicht zu unterschätzen. Also Spaß hat das ganze da drin nicht gemacht. Dann kommen wir aber auch zu diesem kleinen Turm hier. In diesem saßen der Fahrer und Kommandant des Panzerwagens. Eine Besonderheit von diesem Turm ist, dass man ihn sogar zusammenklappen konnte, um ihn einfacher per Zug zu transportieren. Auch wenn das ein bisschen verrückt klingt, man konnte ihn in beide Richtungen fahren. Also er war anfangs sogar ausgelegt worden, dass man halt zwei Fahrer hatte, um dann in beide Richtungen agieren zu können. Es gab auch keinen Rückwärtsgang, sondern man konnte das ganze Getriebe umstellen und damit Vollgas in die andere Richtung fahren. Damit wieder ultra komplex und wir merken mal wieder, warum auch immer haben die Deutschen immer dieses Problem, Sachen viel zu kompliziert zu bauen. Was natürlich ein großer Vorteil von dem A7V dagegen war, ist allerdings, dass diese hohe Position des Kommandanten und Fahrers natürlich auch eine super Übersicht bieten. Man fährt so gesehen mit einem kleinen Wachtturm durch die Gegend und kann halt das gesamte Schlachtfeld gut überwachen. Auch wenn man natürlich ein größeres Ziel darstellt, das ist klar, aber ich glaube, es hat schon sehr gute Vorteile, einfach diese erhöhte Position zu haben. Damit Kommandant und Fahrer auch hier was sehen können, sind die Sichtluken angedeutet, zumindest an den Seiten und die anderen kann man alle öffnen. Obendrauf haben dann noch eine funktionierende Luke und die andere ist mit Drucken angedeutet. Die Fahrerluke hatte eigentlich oben auch noch ein Belüftungsgitter, damit die auch noch ein bisschen Luft bekommen. Der A7V von Kobi war bereits in der normalen Fassung meiner Meinung nach ein echter Hingucker und ist auch bis heute eines meiner Lieblingssets. Einziger Kritikpunkt wäre vielleicht das Rohr der 57mm Kanone, welches im Verhältnis ein bisschen zu groß ausfällt. Und falls euch die 45€ inklusive Versand zu teuer sind, holt euch einfach die normale Version für ca. 30€. Panzer und Tanks aus dem 1. Weltkrieg finde ich einfach sind was besonderes. Nicht nur hat das Ganze da angefangen, sondern wirken diese im Vergleich zu den Panzern aus dem 2. Weltkrieg so komplett surreal. Also riesige Aufbauten, teilweise mit mehreren Kanonen und die Designs sind so ein bisschen angsteinflößend, also zumindest wirken die so. Also vergleichbar zu den Panzern aus dem 2. Weltkrieg, so Panzer 1 und 2 sind ja wirklich niedlich. Meine Hoffnung ist jetzt hier auch wieder, dass Kobi einfach noch weitere Modelle aus dem 1. Weltkrieg bringt und auch dann gerne in Zusammenarbeit mit weiteren Museen. Auch gerne wieder mit dem Deutschen Panzermuseum. Der Link zum Votan im Online Shop vom Panzermuseum Munster ist in der Beschreibung. Das war die Noppenecke und wie immer reingehauen.